immer wieder escobars zucker hier immer wieder und die preise steigen unaufhörlich der weiß wie man es macht der mann der weiß oder hat gewusst nur der ist ja einsam und arm gestorben der pablo so jungs wie sieht's aus hier geht's los ist denn jedes mal mit diesen preisen los sag mal ist denn das immer musste echt alles überprüfen vorher wie so ein richtiger chef eben dass man hier nichts verschenkt ob das einfach auf null wie ich fühle mich völlig unschuldig aufgemacht da geht's ja ihr sollt die kartons dahinten in stapeln jungs jason jetzt kriege ich eine drauf der läuft so wie ich nicht der kassierer wahrscheinlich ja tut mir leid jungs so wir brauchen kartons sehr schnell nicht oder leute sagt doch mal ehrlich wir nehmen die noch zur unterstützung hierhin damit hier nichts umfeld in diesem umfeld später wenn wir dieses podest besteigen irgendwann ja 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 gut jungs sehr gut sehr ein bisschen vorsichtig dann passt es nicht so richtig hin was wie wo au taxi ich habe kein taxi gerufen lassen sie mich bitte gehen danke das macht mir hier eigentlich für ein kunstfahrten wahnsinn ja ja dass das wird schon das wird schon das wird schon die mauer gewinnt an stabilität spüren das sehr gut so jungs wie sieht es aus hier holter rubel das ist auch alles gut hier ist auch alles gut hier da fehlt was die lecker kratten sticks nehmen wir gleich zwei lieber man hat als man hätte klopapier darf jetzt nicht wieder ausgehen pablos zucker geht sehr gut und tschüss morgen ist ja schon wieder mittag mensch die zeit rast ja aber corona ausgebrochen meinst du aber die haben alle keine masken das kann gar nicht sein und die sind alle geimpft bestimmt ich glaube daran also nicht an den quatschen also aber die leute hier die glauben bestimmt wir müssen hier ein bisschen stabilität reinbringen in die ganze sache wunderschön damit guter hoch werden wir nicht kommen aber vielleicht schaffen wir es wenigstens auf dem balkon du musst dann leider mal weichen du kommst dahin vorsehen kartons den nicht so ich fühle mal eben so so auf ja das leckere susu und da unten auch noch ein bisschen jawoll so ist das schön ist das schön das müssen wir fast schon wieder so bauen hier ja 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 das sieht gut aus das sieht gut aus so dann haben wir sechser pack milch leute 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 was ist mit der milch was ist denn mit der milch schon wieder vor zack ringe knallt ich mache schon bleibt geschmeidig ich mache schon leute alles musste selber machen hier ist doch auch so ein karton was hast du nicht gefunden hähnchen bitte wir haben kein hat er nicht gefunden hat er nicht gefunden glaubt der spinnt ein bisschen ist es genug da ja nehmen sie auch eis mit jawoll ist es warm milch 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 er rennt schon okay gut dann bin ich beruhigt dann habe ich nichts gesagt dann nehmen wir das noch mal mit und zwar so viele hühnchen hier ist schon wieder alle schnapps schon wieder alle älter schwede stehen hier drauf auf das zeug da schon wieder da auch noch ist er noch offen ja reingeknallt und aber so wie sitzen hier aus hier sieht es auch nicht gut aus aber jetzt ganz schnell noch bestellen wenn wir es noch schaffen gehen sie doch mal weg und keine spaghettinudeln finden bitte leute rennt ihr mal bitte hin die leute suchen die waren bitte bemüht euch es ist ein traum hier das ist ein traum so sehr gut 9 uhr da da und die leute rennen hier rein wie die gestörten sachbar die habe ich verlängerte öffnungszeiten was marty reißkunst du nicht finden ja ich würde ja noch 30 schlepper einstellen aber ich kann nicht in ihr arm wie die kirchenmaus mit meinen fast 20.000 euro da oben ich habe ja nichts das ist hallo nabend schönen abend noch genießen sie das schöne wetter wie das hier leuchtet muss doch irgendwo vollmond sein oder wo ist denn hier der vollmond hinterm wolken wieder ist das schade die ziehen durch bau 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 du kannst kartoffelsack nicht finden nein ich auch nicht ich finde ihn einfach nicht nein hallo hallo aber jungs ja ja nimm dir bitte eine kiste danke junge 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 gleich für morgen früh schon mal drauf tickern eben auch noch bitteschön dankeschön so ein lecker eis jetzt oder aber ich darf nicht mein gewissen sagt nein nein tut es nicht wo besitzen aus alle raus sehr gut sagt neun produkte konnten nicht gefunden werden das klubpapier wird billiger die mayonaise oh ja oh ja mayonaise und was war noch warten noch nicht beim möbel gucken mensch junge junge gibt dir doch mal bisschen mühe du bist doch vorbild klopapier hatten wir schon vierer pack auch billiger geworden so unfair wo ist mein profit nur das müsste es doch gewesen sein oder laut adam riese ja das sieht gut aus so und ihr macht mir bitte hier alles voll da haben wir hier noch mal richtig rein wo auch du auch da oben fehlt bier so wie schaut es denn hier eigentlich aus das wird wieder ein spaß da läuft die kasse rückwärts hier bei uns heute sehr gut ich glaube das hat nicht reingepasst jetzt so was haben wir alles noch das haben wir auch noch die juden konflik so 2007 hat alles reingepasst ist das großartig ist das toll so ihr räumt bitte mal noch ein ich die den anderen geschäften nach jungs 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 und das wird nichts das ist schon im ansatz mies da müssen wir unterfüttern da müssen wir stabilität reinbringen irgendwie die großen kartons die sind immer klasse warte mal dann geht du mal weg da du kleiner und dann brauchen wir dich dafür ja 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 so jungs wie sieht es denn aus vielleicht haben die auch irgendwie eine vereinbarung mit dem pablo getroffen hier habe ich so das gefühl die sehen auch alles so aus wie die wasser kolumbianischen drogenhändler ich weiß nicht guckst du dir noch an hier sich versteckt hinter seiner kiste ja ja so wie sieht es denn aus jungs immer noch keiner der pause also ihr habt immer noch zu tun ja hier ist noch einiges aufzufüllen das dauert alles hundert jahre mit euch ja ihr wartet jetzt auch nur wir warten alle wir warten zu dritt auf dieses faule pack ja wie die meinselmännchen ja schön rein ja sehr gut immer noch keiner der pause das heißt wir sind noch nicht voll weil wenn ich die waren nicht habe dann werden die kunden böse und dann kriege ich nicht so viele punkte die ich brauche ist das eine hitze abend morgen meine ich die mülltonne müsste man hier vorne hinlegen können irgendwie dass die gleich so im vorbeilaufen zack das kostet alles zeit so wie schaut es denn aus hier soll ich noch was ordern ja dann nehmen wir noch was mit und hier noch irgendwas nö ja hier der doppel saft hier muss ich warten das geile brot jetzt hätte ich aber auch bock auf ein brot ganz ehrlich zack sie ist die ganze zeit irgendwelches leckeres essen und dann wundern sich die leute dass man hier zunimmt so haben wir ihn gepackt lalala lalalalalalalala mhm 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 Cloich da soll ich euch irgendwie helfen oder was was dauert denn hier so lang hier ist voll da ist wollen hier ist alles voll 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 jawohl schnaps leute schnaps ich nämlich schnaps mit dem finger nein ich bin aber auch ein schlüssel so und jetzt aber immer noch nicht mann da fehlt noch eine packung macht die da rein bitte eigener kümmert sich um die packung na gut da können wir ja trotzdem aufmachen glaubt das sieht alles ganz gut aus und wir sind auf dem weg zur 42 ganz behende findest du auch ja sehr schön hallo das ist ja betrug hallo es geht nicht was ist denn das für ein quatsch will uns die physik einen streich spielen das kann ich mir nicht vorstellen tatsächlich das ist wohl die maximal grenze gibt man doch so einen kleinen karton bitte das sind das verschleppst du da die eier naja kann ja nicht sein kann ja nicht sein immer dahin du kommst dahin das ist ja wie beim lego ne so ähnlich ich hab nie lego gespielt niemals dicht das geht schon ein bisschen nach unten jetzt das ist ja so so wie sieht es denn hier aus jungs hier geht noch was hier geht auch noch was da nehmen wir auch noch einen mit von den leckeren dingern so da haben wir da mal okay da gibt es noch ein bisschen was sie wollen da ist auch noch was da oben der t darf auch nicht alle gehen aber das passt ob ich denn da übrig ach so aber wir müssen auch mal ein paar rechnung bezahlen sonst gibt es hier ärger mit dem vermieter und dann fliegen wir hier raus im hohen bogen da 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 hallo da bin ich sehr schön Warte, den müssen wir natürlich zumachen vorher, sonst ist es doof Eine wundervolle, einzigartige Konstruktion mit Sicherheit auch eine Sehenswürdigkeit für die Kunden die sich dann dieses Monument anschauen dürfen, ist das schön ist das wunderbar und wir haben schon wieder halb vier nachmittag oh, die Zeit verrast sehr schön na, sie lassen es sich gut gehen ja, das war Synchronshop sehr gut so viele Menschen hier cool ein Hühnchen da haben wir noch Luft nach oben alles gut okay nicht, dass wir hier die Engine überfordern das wollen wir ja nicht nicht, dass hier alles zum Einsturz gebracht wird so, wir müssen hier irgendwie eine Brücke bauen ja das ist super ist das nicht schön sehr gut so, sechs Uhr da 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 muss mich mal strecken ich bin so verstreckt von der Maus abgerutscht oh, jetzt geht es mir aber doch jetzt geht es aber obwohl es über dem Marktpreis liegt ja, ja pack rein, pack rein, pack rein ja, ja mach voll, mach voll aber das grüne Zeug das muss ja was ganz ekelhaftes sein Lagerbier ist wahrscheinlich einfach zu teuer für die Menschen hier ich weiß es nicht ich müsste mal eine Kundenumfrage machen so, ich nehme mal Susu Subidu rein ins Regal gewömmst viermal Schokopops sie wissen, was gesund ist sehr schön, sehr schön 8.11.12.13.14.15 die Zeit rast ja hier förmlich davon wieder ist ein Tag vollbracht und wieder wird nur Mist gemacht hätten sie reicht nicht einmal müssen sie jetzt gleich drei nehmen oh, es ist unglaublich diese Gier unter den Menschen so da ist nichts mehr drin dann nutze ich das eben gleich so, gibt es hier irgendwas warte mal wir können wissen das hier oh vorsichtig ganz vorsichtig jetzt es ist gefährlich was ich hier mache vorsehen danke so so viele Menschen noch hier wir haben schon 21 Uhr ich bin glaube ich der Späti Junge, Junge, Junge oh, drei Fässer Bier sehr schön also das Bier was ist denn jetzt mit dem Bier los je später der Abend desto voller die Gäste ach, wie schön der haut rein hier ich habe schon 20.000 ja, nur Bares ist Bares naja, der ist Single hier so, der letzte Gast oder? ja bisschen was fürs Erschle bisschen Kaffee für morgen früh bisschen Kalbskotelett mhm und zweimal Pfeffer sehr schön wunderbar Jungs habt ihr euch euren Feierabend nicht verdient so 439 Punkte Profit 588 na klar wegen der blöden Bestellung naja es wird es wird es wird